Darf ich jetzt anfangen? Ja, ja. Und du sagst, wenn du so heißt es schon. Wollen wir mal eine kleine Anrufe? Ja, es ist eine Aktion gekommen. Was wir jetzt alles sagen, ist auf dem Video. Das funktioniert? Also, ich hab mir gedacht, wie die das sehen. Vielleicht hören die mich gerade. Ja. Hallo Leute. Hier, das ist die Kamera. Ja, ja. Genau, das kommt nicht ins Becker rein. Was tut es zu spät? Also, ich begrüße alle, die es tatsächlich schaffen, sich diese Übertreibung anzuschauen. Sehr herzlich. Und im Anzug eines Gewitters fangen wir trotzdem an. Ich begrüße natürlich auch allerhärtigsten Manani Sano, ohne die das alles ja sowieso überhaupt nicht möglich wäre. Ich wünsche vor allem allen Anwesenden natürlich, aber auch allen denen, die vielleicht zugehören können, viel vergnügen. Es ist ein schönes Wort. Ich begrüße alle, vielen Dank. Ich begrüße alle, vielen Dank. Und, wie wäre alle, vielen Dank. Musik 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 Vielen Dank. 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 Amen. 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 Bevor wir in die erste Lüftungspause gehen, die ungefähr fünf Minuten dauern wird, möchte ich noch eine Programmänderung ansagen. Sourab ist leider krank, das heißt, das erste Stück nach der Pause wird nicht Iber sein, sondern es geht dann, glaube ich, direkt mit Mouquet weiter oder mit Bach. Wie auch immer, ihr wisst die Reihenfolge. Ich muss mich ganz herzlich bedanken bei Can, der es tatsächlich möglich gemacht hat, dass wir jetzt eine Live-Übertragung per YouTube haben. Ja, und ich muss auch noch sagen, das ist ja jetzt unser erstes Live-Vorspiel seit, ich glaube, ungefähr 15 Monaten und es macht total viel Spaß. Und ich freue mich natürlich, dass wir eine zweistellige Anzahl von Zuhörerinnen und Zuhörern haben bei YouTube und noch mehr freuen wir uns alle, wenn wir uns dann mit Ihnen gemeinsam, mit euch gemeinsam mal wieder treffen können, was vielleicht im Wintersemester der Fall sein wird. Jetzt schalten wir erstmal kurz ab, fünf Minuten lüften und dann geht's weiter. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. 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 Musik 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 ! ! . Vielen Dank. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Untertitelung. BR 2018 . 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.